ARD Text im Auftrag von Funk 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 um ich habe hier noch mal drauf Nix da Nix da Junge doch du gehst gleich drauf Guter Junge noch drauf gehst ha ha scheiße hättest dich nur wie voll zerlegt oh scheiße oh Zlenk halt Mensch hol dir das blaue jetzt was soll das hol dir das westliche es leckt dann kann ich nur lappen dann kann ich nicht wenn es leckt kann ich nicht oh oh bitte nicht nein zerlegt hui hui weggekickt das soll der Schall stimmt das geht doch da kann man dem anderen das Handwerk pfuschen h h h h wala lala lala dann schießt mich h h h h h da haben wir ja alles h h ja da h h h h h h und er ist wirklich freundlich das ist die Mose es ist um das hat sich das ist nicht sein ich glaube ich war dort das alles kaputt kein bisschen Wohl! Ach, scheiße. Das ist das linke Problem. Das ist voll doof. Ich hätt' ich schauen müssen, dass die Rakete oben bleibt, aber weischt. Hahaha! Nein! Da räumt man schon den Ding frei! Da räumt man schon den Ding frei! Dann nimmst du mir das weg. Und darum gehst du trotzdem tot. Ja, weil ich dachte, ich bin tot und hab' ich aufgegangen. Schade! Nein! Mach es! Mach es! Mach es! Rein da, rein da, rein! Auaaiaiai! Krass noch, eckgerisch! Hey, Victory! Nächstes Episode 8! Mach es weg! Oh, und ich depp! Wieso ist es jetzt nicht Vollbild? Tja, dann machen wir's noch schnell! Todo! Jetzt ist es gemerkt, wurscht! Ja, schick's egal! Wähehheh! Wähehheh! Willkommen zurück zu Part 3! Ja, die Aufnahme ist uns kurz mal erfüllen gegangen. Drum machen wir's da gleich weiter. Bei Part 8 ist ja nicht viel passiert. Und los geht's! Oh, doch nicht! Jedes Mal das Gleiche! Drück STRG! Y! Hoppanna! So, jetzt ja! Los geht's! Ey, wieso ist jetzt das Vollbild wieder weg? So! Moin! Achso, da hat sich's jemand gemerkt, wie man Vollbild aktiviert. Schlecht dich! Hoch hinaus! Meine Freunde! Freunde der Sonne! Freunde der Sonne! Ja, genau! Leg die Raketen schön ab! Ich hol dir weiter Gold! Ich hol... Hast du's dir geholt? Nein! 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 Dann würdest du nicht mehr spielen! Was? Dann würdest du nicht mehr spielen! Stimmt! Stimmt auch feind! Weiter geht's! Hopp 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 hopp! Komm! Spring halt! Wohin denn? Weg! Hu! 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 Mach's so'n da! Ich muss hier durch! So! Vorwärts! Ja, genau ausgerechnet jetzt, hm? Du kleine... Wusste wär wär, wenn er nach oben gegangen! Haha! Tun sie aber nicht, das weiß ich! Kann er aber! Das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich! Das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich! Das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich! Oh, ich muss wieder hoch! Ah! Ha! Hu! Hu! Das schaff ich! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich hab krass einen Tümschiss. Hm. Ah, so kann man's holen. Cool. Hoch! Hoch! Jetzt kann eigentlich nix mehr passieren. Wo hat's sicher eigentlich ja nichts. Irgendeine Mine, gell? Ja. Ah, das ist cool, das Level. Äh, mit Banane. Scheiße! Lappenhaftigkeit hier. Scheiße. Es wird nix, es wird nix, es wird nix. Scheiße. Deine Mutter wird nix. Komm, komm, komm. So. Gott. Was hat das jetzt gekostet? Das Umdrehen 1,5 Gold. Hm. Was hat's gebracht? Nee. Ach so, gekostet. Aaaaah! Genau drauf. Toppin! Gebruhe. Genau so wie mir ist immer. Hast du den gesehen? Bestimmt, ich hätte unten rein müssen. Fuck, 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 fuck. Ich hab's noch nicht... Du musst doch noch rein. Mach es, mach es! Ey, komm! Wieso hat der mich noch gesehen? Idiot. Gebruhe. Das hat eigentlich klappen müssen. Deine Mutter. Deine Mutter, schluck mal. He, Sucke. Huh, das war knapp. Komm! Hast du's eingesammelt? Nein! Idiot. Und extra schwer. Halt's Maul. Nur weil du nix kannst. Nimm die Mitte, nimm die Mitte bitte. Wieso Mitte? Weil man da gut reinkommt. Das ist auch wurscht. Ey! Springt der Kerl nicht. Nimm die Mitte. Okay, ich nehm's von der Mitte. Nicht schon wieder. Hey! Bitte bin ich weitergerannt. Ich hab nix gedrückt. Das ist so ein Ler-Scheiß. Zur Serien-Hype ist der Zwei-Spieler-Modus noch nicht. Nicht so hammer, ne. Das ist natürlich nicht gut. Natürlich nicht. Wieder lauf. Ja holen. Hallo. Weißt schon. Nehmen und so. Hier um. Umdrehen. Jo. So. Rums nein. Wohl. Nix kannst. Weischt. Weischt. Nix kannst. Mhm. Ja, jetzt geh rein. Ich hab nix noch mein Bein dafür verbritzeln lassen. Hast du das nur ertan lassen? Ja mal kostenlos. In Tarung, ja. Ja, Wetter sind jetzt keiner dran. Bleib unten. Halt unten. Du sollst doch unten bleiben, Mensch. Ich bin tot, du Affe. Das ist schon lustig, weil du das Einsalte hast gewonnen. Du bist halt nicht so lustig. Du bist halt nicht so lustig. Du hättest mich halt das Gold noch einsameln lassen. Nein. Ich höre nur drauf, was man mir sagt, gell? Ähm. Oh, zum Glück folgt der dir. Na, jetzt sind alle drei auf mich zu. Du hast das gesehen. Kannst du das nicht, kannst du das dann wenigstens nicht behalten? Mann! Ja, danke! Scheiße! Am Arsch! Nein! Nein! Das warst du! Voll geil triggern, Mensch. Oh, total. Entspring halt, Mensch. Ey, du Sau. Lass dem. Danke, der hat vor mir abgedreht. Ja, ich hab's gemerkt. Ey! Einfach reingerutscht. Du bist so eine Kameradensau. Das war lustig. Das war nicht lustig. Das war lustig. Das war lustig. Schon wieder. Ach komm, wieser hat der mich am Besten genommen. MAHN! Frau? Ey! Nur weil du es nie drauf hast? Ich hab ruhig! Du bist mindestens genauso oft verreckt wie ich! Die Ausrede zählt schon gar nicht mehr! Die zählt von einfach gar nicht! Hm... Schön alles einsammeln. Hm... Du wirst ein bisschen wirr, ne? Hm... Na, wenn die Raketen folgen, können sich auch nicht so konzentrieren. Es ist laut und so, ne? Wahnsinn. Einfach nur hässlich. Boah, du Goldsüchtling! Verrext! Gibt's eigentlich ne zweite Leiste? Schau mal nach! Es ist ne zweite Leiste. Nein, ne dritte meine ich. Ne, ich seh keine. Es bildet sich grad keine. Los sammeln wir mal Gold! Nein, 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 nein. Los, gib Gas. Gib du Gas, du. Ich geh jetzt so durch. In Deutschland gibt's keine zweite Leiste. Victory! Keine dritte Leiste. Ich hebe an, dann machen wir die neute Episode. Zum nächsten Mal. Was, nicht jetzt? Nein, zum nächsten Mal. Boah. Ich komm nicht erst ein. Also, adios. Okay, servus.